Herzlich Willkommen bei Kunstkompetenz Petra Kern. Warum eigentlich Kunst? Was macht die Kunst? Die Kunst weckt Erinnerungen. Sie weckt auch Sehnsüchte. Die Kunst stellt Fragen. Sie hilft uns beim Reflektieren. Sie hilft uns unsere eigene Seele zu öffnen. Kunst kann Trost spenden und Kunst kann glücklich machen. Mein Name ist Petra Kern und ich bin seit über 24 Jahren mit ganz viel Herzblut, mit ganz viel Leidenschaft Kunsthändlerin und Galeristin in Heidelberg. Als Galeristin verstehe ich mich als Bindeglied zwischen der Kunst, den Künstlern und den Menschen, die die Kunst dann im besten Fall kaufen. Ich arbeite mit fast 30 Künstlern aus neun Ländern zusammen. Mein Thema ist die zeitgenössische internationale Kunst. Die Auswahl ist groß und wenn man 24 Jahre Erfahrungen mitbringt, dann hat man irgendwann auch ein Näschen dafür und ein gutes Gespür, welche Kunst zu welchem Zeitpunkt auch an welchen Ort passt. Meine Klientel sind sowohl Privatkunden als auch Geschäftskunden. Und wenn Sie sich hier die Kunst angeschaut haben und eine Auswahl getroffen haben für sich, dann komme ich mit der Kunst zu Ihnen nach Hause, zu Ihnen ins Büro, in Ihre Praxis und gemeinsam finden wir den besten Platz für die Kunst, die Sie favorisiert haben. Und ich kann Ihnen versprechen, manchmal reicht schon ein Kunstwerk, um einen ganzen Raum aufzuwerten und ein neues Gesicht diesem Raum zu verpassen. Was tun, wenn der Erbfall eintritt und man Kunst geerbt hat? Einfach bei mir anrufen, mir eine Mail schicken. Ich schätze gerne Ihren Nachlass und helfe Ihnen bei der Vermarktung. Manchmal kommen auch Gemälde, die Restaurierungsbedarf haben. Auch da kann ich weiterhelfen und genauso mit Einrahmungen stehe ich zur Seite. Ich mache das Paket komplett. Ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass alle Künstler, mit denen ich zusammenarbeite und das teilweise länger als 15 Jahre, dass sie alle im Wert gestiegen sind. Das heißt, Kunst kann auch Geldanlage sein. Wenn wir uns auf die Kunst einlassen, reflektieren wir automatisch uns selbst. Und nicht selten wird unsere Seele berührt. Und nicht selten habe ich das bei meinen Kunden erlebt. Und das hat sich oft auch in Tränen, in Gänsehaut oder sonst was offenbart oder einem ganz breiten Grinsen. Wenn Sie kunstinteressiert sind, wenn Sie Ihre Geschäftsräume aufwerten möchten oder wenn Sie sogar Einsteiger sind und sagen, Sie möchten sich gerne dem Thema Kunst nähern, dann bin ich Ihr Ansprechpartner und dann freue ich mich über Ihren Besuch in meiner Privatgalerie. Einfach Kontakt aufnehmen oder besuchen Sie mich auf der Art Karlsruhe. Da stellen wir jedes Jahr im Februar aus oder auf einer meiner Ausstellungen. Alle Informationen, die Sie dafür brauchen, finden Sie auf meiner Webseite. Ich freue mich auf Sie.